Nein, gib doch einfach! Nein! Es war so knapp. Boah, es war so knapp, ne? Boah, es war so knapp, ne? Alter, du tänzelst aber auch um einen rum, ne? Ja, ne? Hammer! Challenge, Spanier, challengen. Wie geht denn das, Alter? Ja, ich bin grad am Kämpfen, Mann. Oh, ich hab ja noch Bier fissig. Oh, da muss man trinken, bis abgestanden ist. Trinken? Ja, trinken ist die da! Alter, ich kann grad gegen ein Typ, gell? Das ist einfach nur so ein Noob, der haut einfach nur mit Links-Klick drauf die ganze Zeit. Ich hasse das. Was ist denn Links-Klick? Ich hasse das! Slang, 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 und? Jetzt weiß ich, wie sie ist, hier ist Jennifer. Was, 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 was machen? Ich will jetzt kämpfen! Ja, komm, dann lass uns noch mal fighten, hier. Da brauche ich nicht so lange. Ihr accept den Scheiß. Gebt in die Kacke. Ja, du hast ihn abgebrochen. Ah, ich hab Rezept. Ah, war nicht schlecht. Ah, war nicht schlecht. Wasch, wasch, wasch! Wasch, wasch! Wasch, wasch, wasch! Wasch, wasch! Da hab ich X geschrieben. Hey, was geht man dir? Kann man das nur mit dem Schwert oder was? Hier, das ist die Ausweisung. Ups! Hey, was geht denn? Was? Oh, schade, ich hab gedacht, ich schaff hier ein Ding. Ich hab den Typ dreimal getroffen. Komm her! Ich werde dich schütten! Nein, ey, was geht bei dir? Ich werd weggerannt! Hey, Leute, Leute! Nimmst du das eigentlich auch? Ich muss dir ein Update geben, wo ein Noob-Trick ist, wie da unten steht. Ein Noob-Trick? Was, ein Noob-Trick? Ausweichen und drauf zuhauen? Nee, die haben gemeint, warum könnt ihr einfach auch wenn diesen, das Scheiß, diesen Trick zu benutzen seit einem Update. Was für'n Trick? Ich weiß es nicht. Oh, da gibt's einen Tod. Du, meine Dumme, ich drehe dir eins in den Augen. Oh, ich wollte dich runterdrehen! Ich drehe dich nicht hier runter, du Wixer! Nein, lass mich dich töten! Ja, Mann! Nein! Du sollst dich nur töten werden! Ich bin challenged bei Division España. Ungefähr nicht gedauert, Mann. Nächste, nur eine Runde. Und... You must fight harder! Das kommt mir grad an, Alter. Silencer hat noch wenig Leben. Oh Gott, Silencer... Oh, Bethyga hat Leben verloren. Oh, Bethyga ist tot. Achtung, noch ein Schlag und Bethyga ist tot. Stimmt mein Fall! Komm, komm, komm! Auf seiner Leben hat er recht zum Duell mal auf dem Fenster. Ja, voll! Boah! Das passiert! Wer gegen wen? Wer gegen wen? Na, ich spiel dir beide gegeneinander. Ja? Challenge! Ihr macht... Imogis! Nimmst du eigentlich auf, oder? Ja, ja. Oh Gott! Oh Gott! Boah, ich bin so geil, ne? Oh, Hilfe! Ja, dann grüß ich hier mit, äh... Alle, die mich kennen! Also niemand! Wir grüßen die Anne! Und die Omi! Wir grüßen... Genau, wir grüßen die Anne! 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 Boah, es ist so lustig, die alle gehen auch echt mega auf Hauskampf ab hier, Hammer! Komm! Der Bastis aus und links geht genug, Mann! Ja, und? Nur weil du blöd bist, Schuhe zu haben? Nein! Ey! Der Typ hat's mega drauf! Was geht denn bei ihm? Ah, Jack, eyre full! Voll in die Presse! Oh! Voll in den Magen! Au! Ach, komm! Komm! Müssen wir noch jemanden grüßen? Ja! Laurin haben wir noch gar nicht gegrüßt in unseren Videos! Müssen wir Laurin mal grüßen! Alter, die sah John, ne? Der guckt keine Chance, ey! Achso, das stimmt, ja! Was geht denn bei euch? Seid ihr fertig? Ne, ne! Wir müssen Gnedigen hier noch einmal ins Gesicht treten, dann... Und die sah John, ne? Boah! Aber ey, es gibt immer jemanden auf dem Duel-Server, so wie hier dieser John ist... 8 zu 0! Der einfach, einfach alle... Mega abzieht! Guckst du uns grad zu, zufällig, ne, ne? Ne, ne! Warte, den Kack mal, Spectate! Ein Drittkampf! Ich gucke heute noch auf, Mann! Was ist denn du Kacke hier? Warum tritt der jetzt nicht zu? Bulla! Tritt doch zu jetzt! Ey, wir sollten mal einen Kampf nur mit Träten machen! Ja, ich weiß! Ja komm, das ist doch mal... Nächster Kampf nur mit Träten... Ich hab keinen... Scheiß, ich bin weg von der Ausdauer! Jawoll! Nein, ich bin nicht da runter! Ich bin nicht da runter! Ich bin nicht da runter! Ohohohoho! Ohohoho! Boah, das war mega geil! Warum ist der nicht runtergefallen? Ich hab ihn doch über den Ding geklappt! Über den Abgrund! Komm, ich will nicht... Ich will nicht... Ich will nicht ausfordern, komm, oder hab denn noch ne Runde? Ich werde dich töten! Töten! Waf'ем ja, wer denn', mit den Handschuhen criminal war? Komm nur treten... Komm... Komm nur treten! Tret doch zu jetzt! Achso, dann verbraucht die ganze Ausdauer, wenn er zu dritt. Ja, ja. Weißte, hauen braucht keiner, aber treten. Ich mach wieder Check-It-Charles-Sprung, Alter. Sieht so scheiße aus, ne, wenn ich euch denn zugucke, Alter. Check-It-Charles-Sprung. Das ist so scheiße, ne? Ich hab grad auch geordnet. Aber wir hatten was gesehen. Ich hab grad' geordnet. Warte, 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 warte. Tretet euch, los! Komm, mach Karate-Kids, komm! Ja, warte, 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 aus! Nein! Ich hab ne Pimper in 8 verlangen! Boah, ist das geil, ne? Wer kippt jetzt gegen wen? Player 386, bist du das, Tau-Tau? Wer sonst? Ich meinte, das stimmt. Ah! Boah! Echt ne Challenge! Wer, wer, mit wem? Ah, 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 ah! Wer mit wem? Und überhaupt? Was ist das jetzt? Ich will gegen den Spanier. Was sind denn die anderen? Aber nur treten bitte jetzt gerade. Nimmst du jetzt wirklich auf, oder? Ja, ja. Entschuldige Zeit. Gott, Hilfe! Das wäre ziemlich geil, weil das würde ich grad wieder sehen. Ja, auf jeden Fall. Was nehmen wir denn hier? Also das sah jetzt gerade echt mega episch aus. Ich hab dich gechallenged. Wen? Ah, okay. Ah, okay. Wer macht mit mir? Wer mag? Freilige vor! Hier! Accepten! Nur treten einmal. Denk dran, hier, Faust und treten, ne? Okay. Nicht hier plötzlich mit der Atombombe werfen. Und die euch dann nicht nur treten bitte, einmal kurz. Wir sind keine Amerikaner, die mit Atombombe gegen Federn. Das sieht so scheiße aus, oder? Ne, ne, ne. Die Amis, die wollen immer nur die Demokratie irgendwie verteilen, andere Länder. Ja? Die machen nix Böses. Oh, das hängt mir so gar nicht. Ich treffe mich gar nicht von hier aus. Ne, nicht. Nein. Immer auf den Tisch und versuchen, mich zu treffen. Das geht nicht. Ja, lass uns doch einen Stepdance machen auf den Tisch. Also, man kann doch nicht sprinten oder so. Man muss stehen bleiben. Also, diesen, diesen Irish Folkdance da. Wie heißt denn der Scheiß? Stepdance. Ne, was ich mein? Der ist ja fast dasselbe wie Lambdance. Das sieht der Scheiße aus. Auf jetzt! Wie sagt die über den Simpsons? Ein Tanz ohne Arme. Ja, genau. Wow! Wow! Wie? Voll egal, kann ich tanzen. Guck! Voll egal! Ja! Wow! Nein! Das ist ein Wasser oder was? Ja! Komm, tritt doch! Ey, tritt einfach nicht! Hä? Tritt doch! Ey, tritt nicht! Ey, nicht hauen! Ja, ich war festgehangen. Ich möchte an dieser Stelle immer den Germanen grüßen. Tritt einfach nicht! Tritt, 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 tritt! Ich häng fest! Ich häng fest! Wir grüßen dich alle, Martin! Tritt doch! Jawoll! Jamal, der letztens schon bei dem... Was war das? Was haben wir gespielt? COD, der mit dabei war, der mich im Team unterstützt hat. Hallo Jamal, der mich jetzt auch noch gerne im Steam anschreibt. Hallo Jamal! Jamal! Wie geile Sau! Klötenzähler! Gibt mir den Film? Nicht. Mit Martin Lawrence. Ah, doch! Da wollen die die Versammeln reißen, ne? Hahaha, folge ich den Fosch der, Alter! Ey! Wunderbar! Geil auf! Geil auf! Ja voll! Komm schon! Ich werde dir den Arsch retten! Guck mal, verlierst du überhaupt Energie? Ich glaub nicht, oder? Nee, gar nicht! Gott, tritt doch! Das ist so scheiße, ne? Man wird einfach nicht sterben! Komm mit meinem Faustraum werfen! Der wartet erstmal wieder Energie auf, dann ist wir beide gleich. Also meinst du der Ausdauer? Plötzlich, der schreit ja auch da, Wakin! Ja! Das gehört, Josh? Der schreit auch da, Wakin! Was? Äh, äh! Was hast du gemacht? Dich gehauen! Nichts! Hä, warum liegst du auf dem Boden? Ich wurde von dir getötet! Ach, die Zeit... Bist du mir hier im DAS? Warum kämpfst du mit einem Schwert? Lol! Weil's mir grad Schert rum! Es geht im Zeitlimit, du bist so... Okay, das wusste ich jetzt aber auch nicht! Wie war halt's gerade noch? Tut mir leid! Du bist doch behindert! Ah, halt doch die Schnauze! Ich lache die ganze Zeit hier! Du scheiß da ja mal! Also du blieb gebessert wärst das wie! Na dir le... Na dir le... Na dir le amal! Ja, gehört hier! Fix! Na komm, du bist nicht! Das heißt, großartig, fixartig, fixartig! Machst einmal großartig, fixartig! Ja, wenn du das sagst! Äh! Au! 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 Was das jetzt so peinlich ist! Er hat jetzt hab'n Schwert da und ich hab'n Schändine gemalt! Äh! Irgendwie bist du da hingekommen? Fick dich! Ich zähle dich jetzt an meinem Liebling! Ich kann dich nicht treffen, aber du mich sehr geil! Mann! Du verarschen! Wollen wir noch jemanden grüßen? Was? Du, du hast jemanden grüßen können! Du, du hast du echt nicht! Was geht n' hier? Naja, die hat keine Lieder, nicht weiß mehr wie das geht! Was geht n' hier? Ich steh' quasi auf der Tür! Der ist mit der Waffe geht das nicht! Warte kurz! Wir könnten dir abwechslungsweise mal die... Ne, Anne grüßen! Die Anne grüßen wir die Anne! Hallo Anne! Hallo Anne! Anne! Warum kannst du mich treffen, weil ich dich nicht? Weil du behindert bist! Das ist echt... Das ist echt lustig hier! Ne, der hockt da auf der Tür! Das ist lustig! Er kann mich boxen und alles mögliche, aber... Machen wir bitte kurz nix! Mach mal bitte nix! Okay, ja, hatte! Achtung! Boah! Okay, gut! Aber da musst du nicht auch schön hinhocken! Ich geh' mal eben den Jürgen wirken! Ist klar! Viel Erfolg! Schon wieder! Ja! Der da Bier treibt! Was willst du machen? Mehr Bier trinken! Nein! Da ist er down! Da ist er down! Down mit Sickness! So! Nimm an jetzt! Down mit Sickness! Ja, ja, ja! Das hat schon, äh... Wer hat das gesungen? Äh, Disturbt hat das schon gesungen! Disturbt! Hm! Das hörst du dir an! Ist das nicht zu hart für dich? Hahaha! Oder zu schnell? Fick dich! Hahaha! Fick dich! Fick dich! Donner! Fick mich doch im Sack! Barsch! Du kannst mir gar nichts! Du bist du Gotteswurz! Ja, das war ja klar! Das ist der Steiermarker-Kander! Du sprich doch! Organisieren wir lieber irgendwie hier mal, äh, ne? Ne Bleibe! Um mal Urlaub machen können wir da! Im Ausland! Ja! Im deutschen Ausland! Nein! Boah! Der war nicht schlecht! Warte! Wo ist meine Axt? Ach Mist! Der war nicht schlecht! Ja, wann nimmst du meine Herausforderung an, Penis? Ich gucke... Ja, hier! Accept! Warte! Ja! Accept mal! Wurde von vielen Accepted hier! Haha! Wurdest von vielen Accepted? Warte, machen wir ja auf Haus, ne? Ja, ja, ja! Ja, ich seh nicht doch dahinten! Guck mal dahinten! Boah! Bania, nimm dich mal auf von mir! Boah! 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 Wie frag ich dich auch, mir falsch hast du den? Nimm bei mir mal auf, wenn du mal da ist scheiß D-Ready-Sraftig-Haus. Ja, ja, ich war schon im Dürerchen, bevor ich irgendwas auswählen konnte. Nein, was geht bei dir? Ich hab dir doch voll eingelangt. Ey, voll geil. Wenn meine Figur stirbt und am Boden liegt, dann macht die so... Ja. So wie du den ganzen... Ey, der Tiger hat's mega drauf, forstkampfmäßig hier. Wieder da. Falls wir das noch nicht getan haben, grüße ich hier mit die Anne. Oh, ja, die Anne. Anne, Anne! Gut, ich grüße hier mit Anne, meine komischen Freunde. Du hast Freunde? Du weißt ja ganz genau. Wie ist dir, wenn wir noch nicht gegrüßt haben, Leute? Die Anne? Ja, Anne! Anne! Aua! Ich wollte grad Titten schreien. Titten! Titten! Titten, Muschi, Pimmel! Das Niveau sinkt, ab, Adi, schnell! MS-Niveau, SOS, wir sinken! Welches Niveau? Niveau? Alter, als du hier ins... Wo, 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 in den Müll! Du weißt ja, dass du da dein Niveau abgegeben hast in der Eingangshalle, ne? Spätestens dann, wenn wir hier reinscheunen. Kommst du heute? Jawoll! Alter, war das spannend! Hammer! Das hängt da noch, dein Niveau. Hab ich schon in die Fresse getreten und du hoffst mich mal rum? Ja, du hast mir mega in die Fresse getreten. Scheiße, ich bin gespannt. Ja, ja, weißt du noch mal? Da ist er? Da hinten, da guckt er! Taus? Taus Hamm? Oder... Eworscht, eworscht. Haben wir heute, haben wir ...